Ey, Kalle! Ja, was ist? Hast du dir Darts-Kram bestellt? Weil da ist ein ziemlich großer Karton von 180 angekommen. Echt jetzt? Ich hab aber nichts bestellt. Also nicht, dass ich wüsste. Äh, okay. Also ich auch nicht, aber es kommt direkt vom Headquarter. Du meinst Hauptquartier? Alter, ey, immer diese Denglish. Da klingt's ja auch nicht cleverer. Clever ist auch Englisch. Was? Clever ist auch Englisch. Ja, ja, Schlaumeier. Lenk mich jetzt nicht ab. Von dem ist das Paket. Und was ist drin? Hast du mal gekickt? Äh, Moment. Hab grad ne Mitteilung vom René bekommen. Ja, ja. Guten Tag. Überraschung wirklich? Ach ja, geil. Dann sind da neue Launchprodukte drin. Sowas liebe ich ja. Neues Zeug zum Abcheck. Ich habe auch noch. Das ist das Ganze jetzt nicht. Euch ist das Ganze.